Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne Fantasie vom Schwein in eigenem Darm an indischer Soße? Bitte was? Currywurst. Die wird heute 70 Jahre alt. Kann nicht sein. Wieso nicht? Die, die ich bei dir letzte Woche gegessen hab, war mindestens 100. Juhu, meine. Eine Wurst? Das sehe ich. Haben Sie auch getankt? Ich möchte eine Wurst essen. Und die vier. Momentchen mal bitte. Stefan, als Kind war es für mich eine Enttäuschung, dass es bei McDonalds keine Currywurst gibt. Eine kleine, eine mittlere oder eine große? Also in Deutschland kostet die Currywurst übrigens im Schnitt 3,70 Euro. In Frankreich 5,63 Euro. Italien 8. Und in Großbritannien 9,98 Euro. Stefan, wenn mein Freund die Wahl zwischen der Currywurst und mir hätte, ich weiß nicht, wie der sich entscheidet. Dabei bist du doch wie eine Currywurst. Ich? So dünnhäutig ist es Rind drin und jeder hat dich gefressen. Mach 398 Euro, sammeln Sie Brutzlerpunkte, haben Sie eine Curryking-Card oder sind Sie im Freddy-Meer-Curry-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Immer morgens bei Hitradio FFH. 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 FFH.